Hallo und Savadi Krab! Ich bin gerade in einem unserer Transferfahrzeuge von Phuket nach Krabi unterwegs. Und wie bei so vielen Dingen, kommt es auch bei der Qualität eines Transfers auf viele kleine Details an. Es ist nämlich nicht nur entscheidend, dass man von A nach B kommt, sondern noch viel wichtiger ist, wie man von A nach B kommt. Und oberstes Kriterium ist dabei natürlich Sicherheit und Bequemlichkeit. Und für die Sicherheit sind die Fahrer zuständig. Wir sind hier mit Kumball unterwegs und wenn man mit Kink fährt, dann merkt man gleich, dass er ein Fahrradtraining absolviert hat. Er fährt sehr besonnen, er fährt angenehm, er fährt ruhig, er fährt zügig, aber überhaupt nicht riskant. Und das ist für uns wichtig, dass die Sicherheit an oberster Stelle steht. Dazu gehört aber auch, dass die Fahrzeuge zum Beispiel GPS überwacht sind, also dass man immer weiß, wo sie aktiv sind und wie sie fahren. Wartung ist das nächste Thema. Werden die Fahrzeuge regelmäßig gewartet und haben die Transferunternehmen oder Fahrer auch alle notwendigen Lizenzen und Versicherungen. Auch auf dieses Thema legen wir großen Wert. Also es kommt auf Service an. Dann kann es natürlich mal sein, dass ein Transfer bei Thailand Tours ein paar Euro mehr kostet als woanders da. Aber für uns zählt in erster Linie der gute Partner. Und wir arbeiten mit unseren Fahrern und Transferunternehmen schon seit vielen Jahren zusammen. Und legen hier wirklich Wert darauf, dass wir mit den besten arbeiten und nicht mit den günstigsten. Ja, man kann natürlich beim Service noch ein Stück drauflegen. Hier jetzt zum Beispiel in diesem Fahrzeug. Klar, dass es überall Wasser gibt, dass es kalte Tücher gibt. Aber hier zum Beispiel auch mal als ganz besondere Schmankerl, das Wi-Fi an Bord. Und wir können den Kunden hier kostenfreien Internetzugang anbieten. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal mit uns unterwegs sind.